So, Hose gerade wieder angetrackt, in ein paar Tagen bekomme ich meinen neuen Herd. Da kann ich wieder kochen, was da Zeug hält, Junge. Da muss ich mal ein paar Kochenvideos machen. Razer, der Koch. Ja, coming soon Internet, dauert nur noch sechs Wochen. Ja, verstehst du. Ja, ich habe dann in China bestellt. Das dauert ein bisschen, bis die das geliefert haben. Razer the Tazard, King Size King. Ja, aha. Riesen-Style, ja. Ja, supergeil, das Teil. Riesengroßes Desert Decepticon. Ja, das ist ja wirklich, das kann man ja auch sehen, dass das ein Decepticon ist. Wenn du von Hasbro noch die kennst, auch von früher die ersten so. Das ist ein Razer als Flugmaschinen-Robot, verwandelbar in Jet Decepticon, ja. In Orange, Desert-Style. Ja, das ist Tarn für die Wüste, so. Weißt du, total geiles Ding. Razer the Tazard, Ride Complete, Star, correspondent on lab.